Den, 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 den. Der ist kostenlos. 5 Euro Skin. Ich liebe alle Skins. Ich mag die. Und die sind sehr geil. Am meisten mag ich Farmbomberin. Und den. So. Den mag ich. Den mag ich. Den nicht. Den, 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 den. Und dann noch den, den. Den und den. Jetzt habe ich alle meine Rucksäcke. Den, 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 den. Jetzt habe ich alle meine Spitzhacken. Das ist die erste Spitzhacke. Die ist von Omega. Hier sind alle meine Fallschirme. Wie ihr seht. Hallo? Hallo? Buh. 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 Das ist der Volt. Und dann... Einmaler. Ok, jetzt sind wir in der Stadt. Ich bin einfach nur krass. Ok, entscheidet euch, soll ich den, den oder den? Den oder? So, Spielewiese auffüllen. Leckerli, sopa. Ich komm gleich wieder. Okay. Okay, ich bin jetzt wieder am Start. Ich muss kurz das eingeben. Okay. 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 Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Er wollte mich umbringen. So. Ich geh mir jetzt erstmal den Beacons. Ich weiß, dass er hier irgendwo kommt. Ich werde ihn seine Mutter rassieren. Ich komm mal nicht wieder. Malona! Jeszcze. Ich bin ja, dass wir die Leute da haben. Ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Und ich bin ja. Ich bin ja. Und ich bin ja. Äh, 41? 14? Ach, das ist von der Schöpfe, ich kann es gehen. Ja, ja. Ne, ich bin nicht, deswegen bin ich ganz schnell gekommen. Das ist die Strasse. Mhm.